wenn hier denn oh katz ich hoffe du kannst etwas russisch messen will ich hoffen wir müssen wir haben die klamotten von denen an ich werde mal wissen was die eben gekocht haben oh die haben auch schon gegen der klamotten was ist mit weaver er ist aufgeflohen wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine gelegenheit so weiter geht's cccp sollen das heißen zu geil dass sie so etwas mit eingebaut haben so eine kleine dialoge ich glaube sie haben die leichen nein alles gut kommando zentrale voraus also wie man merkt wenn ich dann wenn die anderen sprechen ruhig dass ihr die gespräche auch mitbekommen ich bin bereit jede etage sichern bevor es weiter auch geht ich schalte den kopf was warte sieht aus so granaten action jetzt habe ich ja wieder welche hat oh die ist ungünstig gefallen komm schon genau so soll es doch laufen komm komm headshot geht doch ach gucken wann der erste fail wieder kommt oh hallo warte da die 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 hab dich ich wollte gerade auf dich schießen geil ja doch bin ja bei wenn der erste halt daneben ging mein gott komm ich will noch ein ich halte die stellung drei rutsche ihr habt sowieso keine strangen ist weil ich zeitgruppe habe schaffst du die mission noch wieder ich bin aufgeflogen soviel zum thema schleich angriff land vielleicht noch genug zeit den stadt zu stoppen wir müssen zum zweitbunker sie retteten ihn dann mussten sie die es schon gut finden und die wissenschaftler töten töten musste ich trage wir sind aufgeflogen mit dem ball hat ach echt oh lade Nein, nein. Komm schon. Da ist er. So. Brauch mal Leiter hoch. Und Deckung. Kontrollpunkt erreicht geht um. Solange Kontrollpunkt erreicht. Beobachte ich doch schon die ganze Zeit. Habe ich doch im Augenwinkel. Hab dich doch nicht so. Nee. Geht da. Yo, zieh Lilly. Ich zieh genau. Granate. Ey, ihr sollt keinen Dähre schmeißen. Halt, die dachten sich auch eben. Aber Deckung kann, jo. Komm schon. Wo ist er? Da. Ach, klar. Meine Güte, ey, ausreichend. Jetzt kommen die denn alle? Oh, shit. Ja, ja. Bin ja bei. Und man sollte immer erst nachladen, bevor man weitergeht. Das ist uncool. Na, toll. Mag ich hör auf Akimboot so weit aus, ne? Na, darf ich kommen? Komm schon. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Komm schon, ein Loch in die verdammte Mauer. Boom. Bereit. Mal bis Platz. Okay. Ja. Wir müssen die Rakete um jeden Fall zerstören. Na, wie wählen? Mach was. Stoppen unmöglich. Baum in Plan B, tu es jetzt. Das klappt bestimmt. Hochjagen-Meser, raus! Ah, jei, 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 jei. Boom. Schönes Feuerwerk. Oha. Ich brenne. Das sind Mistkerne. Die verdienen kein Mitleid. Wir sind hier, um sie kalt zu machen. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Daumenbrooks, geht rüber zum Nordtunnel. Lasst keine durch die Hintertür entwischen. Gleisten Beber, ihr kommt mit mir. Tja. Habt ihr keine Schattenfluten? Das ist er euch auch nicht verrat. Ich habe da noch. Genau. Achso. Erst mal Explosivpfeil reinmachen. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Man. Lagst du doch zu dicht, schade. Ich dachte, hm. Ich habe Glück. Aber scheinbar nicht. Was ist denn tatsächlich aufgestanden? So. Fünf. Nein. Ich warte. Geht doch. Alter, aus was für einem Nest kommen sie denn alle gekrochen, ey. Oh, Granate. Bleib da. Habe ihn. Ihr könnt ja eh nicht gut gehen, also. Was ist denn, wie wir durch? Nein, nein. Nein, bitte. Granate. Ich warte. Hoffentlich. Ich sehe ihn. So. Scheiße, sind das viele. Why? Meine Güte, ey. Oh, toll. Hinter dem Schreibtisch. Klar. Da sind so viele hinter dem Schreibtisch. Komm schon, wusste. Komm schon, ey. Nein. Nicht Granate. Nein, 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 nein. Das ist böse Idee. Ich habe tatsächlich. Hier ballert doch noch eine. Nee. So. Alte. Hoch, komm schon. Du hast mich doch gar nicht treffen können Dürfen Sollen Alter wenn ich jetzt schon tot gehe